mann jetzt jetzt wir machen ein motorrad motor können ja hier mal beim feuer hinlegen weil brauche ich jetzt eigentlich nicht ich weiß nicht ob ich den ledergurt brauche jetzt habe ich eh nix mehr zum sprengen da oben gibt es benzin wo bin ich denn gekommen von ganz oben genau da könnte ich ja wieder hin und da habe ich ja noch dünge so schön ein bisschen müde oder ja dann könnte ich doch das habe ich das schon lange erinnert erstmal nach da oben links in der safe haus also so kommt der noch mehr ich versuche den hier irgendwie warte, er hat mich da durch wie schafft er das ein riesen Viech mit dem Gewehr hat man eine Chance wenn man es dann auf meine Ausdauern ja ich hab mir erwischt super wie viele EPs gibt es da 200.000 oder gleich eine Million ein Ultraschilltrank die Frage brauche ich den jetzt noch und die Feier gebraucht ach guck mal da ist die goldene ach da ist die goldene Santa Barbara Statue die wollte doch der Affe dann bringen wir sie ihm doch stecken wir doch mal ein ja ja und ich muss sowieso wieder da oben rum um mir meine Dünger zu holen ja sonst geht es mir ganz gut da hätte ich noch Benzin da hätte ich noch Benzin da kann ich dann noch mal ein bisschen auffüllen so äh sprengen kann ich da nicht da hab ich keinen mehr so wie ich das sehe nope wie fehlt da Dünger wie fehlt da Dünger oh wie fehlt da Dünger da wollte ich gar nicht rein ich wollte hier da wollte ich gar nicht rein die wie ist das die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das für eine Pflanze? Exotische Früchte Was ist das für eine Pflanze? 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 Nicht das Hass, wenn es dunkel wird Dann kommen die Creeper raus Was ist das für eine Pflanze? 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 Oh, 60 Schuss schon wieder verschossen? Was ist das für eine Pflanze? 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 Die Rolle? Achso, jetzt sammle ich das Zeug ein, was ich... Ich seh's jetzt zwar nicht, aber sie sind trotzdem noch da. Nervig. Seh's jetzt kommen oder nicht? Hab ich sogar noch erwischt? Diese anstürmenden Massen von diesen... Seit wann mit der ersten Sprengladung sind die gekommen? Oh! Ich dachte, er wischt gleich mit. Das Inventar ist voll. Jetzt hab ich 110 und 24 andere. Aber den Hirsch hab ich ja auch mit dem Präzisionsgewehr ganz schnell kaputt gemacht. Vielleicht brauch ich auch gar keinen... Bogen mehr. Aber ich werd nicht wegschmeißen. Der ist ja golden sogar. Aber ich kann auch nicht mehr auseinandernehmen, ne? Nein. Einmal vergoldet. Einmal vergoldet. Das ist ja... Das ist ja ... Ich bin kein Problem. Es ist immer ein Umgriff, ein Holzstöck, der Metall ist voll. Wie ist das denn, der Metall ist schon wieder voll? Die Beste sind 7 von den 20 Paketen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Die Stadion ist schuldig. Wie ist das? Brandmunition. Die brandmunition. Die brandmunition. für besonders heikle Angelegenheiten das heißt mal dieses Haar Haie irgendwie im CV scheint es auch noch was zu geben finds im CV das heißt mal das ist so die 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 Da legst du ihn nieder. Boi! Da liegt nur ne Brille rum. Und Coco und der Affe. Völlig unbeeindruckt und unverletzt. Hängen sie da weiter rum. Ach, da musste ich auch. Was gibt es hier? Ah, ich darf wieder hoch. Machen wir erstmal hier die Tür zu. Und... Tja, ich würde eigentlich auch gerne sehen. Ich meine, das finde ich auch interessant. Dann hast du dann sechs Molotows. Schon nicht schlecht. Aber... Ich will halt... Siehst du irgendwelche Pflanzen? Ah, da ist ein Pflanz. Wo? Ja, eigentlich genau hier. Und das mache ich jetzt mit denen. Das ist so doof. Genau hier ist die Herbarium Pflanze. Ach, keine Heilkräuter. Shit. Kann ich mich jetzt einfach umbringen lassen? Kann ich mich jetzt einfach umbringen lassen? Danke schön. Dann bringt das hier gerade weg. Nix! Nix! Komm ich geh erstmal schnell raus. Schieß mal die beiden fetten da. Vor dem Weg versperren. Und dieses, äh... Kann ich hier immer schlafen? Ich bin nicht müde, ne? Das ist nur dieses Herbarium-Dings-Da-Bums-Da. Anders steht das da ja auch nicht. Hier steht... Der Herbarium-Pflanzen. Ja. Brauche ich nicht. Und das hat mir auch irgendwie nix gebracht. Ich geh hier den Weg. Molotow-Vorratserweiterung. Und dann mach ich hier weiter. Und dann... Das mach ich zum Schluss. So. Jetzt kann ich mal auf die Santa Barbara will ich nicht. Von da oben gekommen. Jetzt lauf ich mal unten lang wieder. Inventar ist voll. Und dann... Ich muss euch mal oben kommen. Und dann schreib ich mal auf die... Bliere das hier. Und dann... Auch. Vielen Dank. Eigentlich müsste ich doch zwei Flaschen haben. Jetzt habe ich drei davon, okay. Hm. Ich werde jetzt haben. Ich hatte doch zwei Flaschen mit Wasser, oder? Wahrscheinlich eine habe ich fallen lassen. So, die, 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 die. Ja, machen kann man es immer. Du, das habe ich jetzt eigentlich nicht. Die Flaschen habe ich auch nicht mehr viele. Brauche ich die Kanister, die lasse ich mal so. Obwohl, den einen könnte ich mal wieder voll machen. War nicht hier in der Nähe. Nee. Nähe kann man das nicht nennen. Nö, ich gehe jetzt runter. Santa Barbara. Puh, nö. Und zu der anderen Inselne. Holzstock? Ne. Ich habe hier 100 Pfeile. Und 24 mit Federn. Wer braucht mehr? Ja. Ja. Sonst. 隊 iron. Ich böse. Winter. Ich habe hier 500. Werden. so kommen wir mal von so viel von den die sind alle wieder da wer weiß wie viele es waren da lang dann gehe ich lieber oben lang da oben gibt es titrus lichte